Es ist Mittwochabend 18.05 Uhr, mein Name ist Oliver Rosenthal, herzlich willkommen zur 19. Ausgabe von Ollis Abendshow. Und hier die Themen der heutigen Sendung im Überblick. Große Spektakel am 11. August in Rodenkirchen, dort fand die nordwestdeutsche Spinnmeisterschaft statt und anschließend eine große Schafauktion. Ollis Abendshow berichtet aus der Welt der Schafe und Lämmer. Mann, Fleisch, Feuer. Samstagabend, Grillparty bei einem Freund, um 19 Uhr soll es losgehen, Mann ist pünktlich da und hat Kohldampf ohne Ende, aber es ist noch nicht mal Kohle auf dem Grill und dann dauert es mindestens noch eine Stunde, bis diese überhaupt glüht und nochmal eine Ewigkeit, bis das erste Stück Fleisch überhaupt gar ist. Wenn das Grillen zum Albtraum wird, Ollis Abendshow über einen Abend voller Entbehrungen. PS Power Fight in Edewecht. Am 4. und 5. August fand in Edewecht der Lauf zur Deutschen Meisterschaft im Traktor-Pulling statt. Giganten mit bis zu 9.000 PS traten gegeneinander an. Gefragt war reine Motorleistung und das nötige technische Geschick, diese Leistung kontrolliert über die riesigen Hinterräder in Vorwärtsschub umzusetzen. Puller Alarm bei Ollis Abendshow. Außerdem ab heute neu im Programm die Fun Facts von unserem O1-USA-Korrespondenten Mark Voss. Das alles und wie immer noch viel, viel mehr. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Jetzt folgen die Fun Facts mit unserem USA-Korrespondenten Mark Voss. Die 1-Cent- und die 5-Cent-Stücke werden als kleine Münzen genannt, weil die nicht kostbare Metalle enthalten haben. Los Angeleses voller Name ist El Pueblo de Nuestra Sonora La Reina de Los Angeles de Porcuincola. Im Verlauf einer durchschnittlichen Lebenszeit, während Sie schlafen, essen Sie etwa 70 gemischte Insekten und 10 Spinnen und manchmal sogar noch mehr. Das waren die Fun Facts von und mit unserem USA-Korrespondenten Mark Voss. Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn Sie Mark Voss sagen hören. Mein Name ist Mark Voss und hier sind die Fun Facts. Ollis Radio Show, zweimal im Monat hier bei Oldenburg 1. Ollis Radio Show, schalten Sie ein, dann schalten Sie ab. Ollis Radio Show, schalten Sie ein, dann schalten Sie ab.